So, wenn wir uns mit der Niereninsuffizienz beschäftigen, also mit der Unfähigkeit der Niere ihre Aufgaben zu erfüllen, dann unterscheidet man zunächst ein akutes Nierenversagen von einem chronischen Nierenversagen, was man dann die chronische Niereninsuffizienz nennt. Schauen wir uns zunächst das akute Nierenversagen genauer an und zwar blicken wir dabei auf die Ursachen, auf die Symptome und auf die Stadien. Nun, was ist ein akutes Nierenversagen? Die Niere kann ziemlich schnell ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen, also vor allen Dingen die Aufgabe, das Blut zu reinigen. Und wie kann es dazu kommen? Man unterscheidet dabei drei Ursachengruppen, die sogenannten prärenalen Gründe, die renalen Gründe und die postrenalen Gründe. Prärenal bedeutet, dass die Ursache vor der Niere liegt und da geht es im Wesentlichen um eine Minderperfusion der Niere. Das heißt, die Niere wird nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Wir erinnern uns, bei der Physiologie der Niere war es für die Bildung des Primärharns von zentraler Bedeutung, dass in den Glomerulis genügend Blutdruck vorhanden ist. Wenn jetzt zum Beispiel durch eine Hypovolemie oder durch einen Schock die Niere nicht mehr genug mit Blut versorgt wird, kann in den Glomerulis der Primärharn nicht mehr abgepresst werden und so kann die Niere ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen. Die renalen Ursachen der Niereninsuffizienz liegen eher in einer Zerstörung des Nephrons, also entweder des Glomerulis oder des Tubulusapparates. Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Das kann toxisch bedingt sein, zum Beispiel durch Medikamente wie NSAR, also nichtsteroidale Antirheumatika. Es kann durch einen Schock gehen, also durch das Multiorganversagen bei einem Kreislaufschock. Es kann zum Beispiel durch eine rapid progressive Glomerulonephritis dazu kommen oder auch durch Infektionskrankheiten wie zum Beispiel die HUS. Wenn die Ursache für die akute Niereninsuffizienz nicht in der Niere und nicht vor der Niere liegt, dann kann sie nach der Niere liegen. Da geht es also um eine Harnabflussstörung und das kann zum Beispiel in Steinen, in den Harnleitern oder in der Blase bedingt sein oder zum Beispiel bei einem Mann auch durch eine Prostata-Hyperplasie. Welche Symptome bekommt man jetzt bei einem akuten Nierenversagen? Zwei Symptome sind im Mittelpunkt, sind die Leitsymptome, denn zum einen kommt es zu einer Oligorie bzw. zu einer Anori, also zu einer Harnausscheidung, die unter 500 Milliliter pro Tag bzw. bei der Anori unter 100 Millilitern pro Tag liegt und im Wesentlichen kommt es zu einer Erhöhung des Serum-Kreatinin-Wertes, der normalerweise bei einem Milligrammprozent, also pro Deziliter liegt und der steigt auf ca. 1,5 bis 2 Milligramm pro Deziliter an. Je nachdem, wie lange dieses akute Nierenversagen jetzt bestehen bleibt, kommen wir dadurch natürlich auch in eine urämische Phase. Das heißt, man erreicht hier innerhalb von wenigen Tagen das, wofür man bei der chronischen Niereninsuffizienz Monate, wenn nicht sogar Jahre braucht, mit all den Symptomen, die dann natürlich noch dazukommen. Die schauen wir uns aber bei der chronischen Niereninsuffizienz an, denn hoffentlich ist es so, dass man beim akuten Nierenversagen möglichst schnell dazu kommt, die Ursachen aufzulösen, um dieses akute Problem im Körper zu beheben. Man unterteilt das akute Nierenversagen in bestimmte Stadien und zwar spricht man von einer Initialphase, dann von einem manifesten Nierenversagen und dann von einer polyurischen Phase, in der es zu einer Regeneration des Körpers kommt. In der Initialphase, da überwiegen normalerweise die Symptome des Grundleidens, also wir erinnern uns entweder des prärenalen Problems, wie zum Beispiel eines Schocks oder eines postrenalen Problems, wie zum Beispiel eines Nierensteins oder eines renalen Problems, wie zum Beispiel einer HUS. Da hat man dann durchaus genug Probleme mit den Symptomen des Grundleidens. Wenn die Nierenfunktionsfähigkeit dann aber nicht zügig wiederhergestellt wird, geht man weiter in die Phase des manifesten Nierenversagens und die zeichnet sich dadurch aus, dass es zu einer Erhöhung der harmpflichtigen Substanzen im Blut kommt. Was sind jetzt dabei die Probleme? Es kommt zum einen zu einer Überwässerung des Körpers, vor allen Dingen eben durch das Zurückhalten von Wasser und Natrium. Wenn wir zu viel Wasser im Körper haben, kann es zu einer Linksherzinsuffizienz kommen, hier zu einer akuten Linksherzinsuffizienz, die dann sekundär ein Lungenödem nach sich ziehen kann. Natürlich wird das Lungenödem auch einfach durch die Überwässerung schon bevorteilt und auch durch die Überwässerung kann es zu einem Hirnödem kommen. Das sind also durchaus lebensgefährliche, akute Probleme, die entstehen können. Als zweites kommt es zu Elektrolytverschiebungen im Blut und da muss man vor allen Dingen an das Kalium denken. Es kommt jetzt zu einer Hyperkaliämie und die große Gefahr bei einer Hyperkaliämie besteht in Herzrhythmusstörungen. Die können bei einer akuten Niereninsuffizienz auch wieder lebensgefährlich werden und das macht eben zusammen mit dem Lungenödem und dem Hirnödem die akute Notfallsituation eines akuten Nierenversagens aus. Als drittes kommt es durch die Erhöhung der harmpflichtigen Substanzen im Blut dann zu einer metabolischen Nierenazidose, also zu einer Übersäuerung des Blutes, zu einem Absinken des pH-Wertes und das hat natürlich auch wieder einige Folgen, zum Beispiel Blutungsneigungen, gastrointestinale Symptome wie Übelkeit und Erbrechen und die kommen hier als drittes in der Phase des akuten manifesten Nierenversagens mit dazu. Wenn man die Ursachen nicht beseitigt, dann haben wir hier ein wirklich großes Problem. Deshalb ist in der Therapie das Wichtigste, die Grundursache zu beseitigen. Dann kommt der Körper in die dritte Phase des akuten Nierenversagens, nämlich in die polyurische Phase und das muss man sich merken, denn normalerweise denkt man ja bei einer Niereninsuffizienz, dass es eben zu einer verminderten Harnausscheidung kommt. Das ist aber im Wesentlichen eben der Fall in der Phase des manifesten Nierenversagens. Wenn aber die Ursache beseitigt ist, dann möchte der Körper natürlich all die angesammelten harmpflichtigen Substanzen wieder ausscheiden und das macht er, indem er eben vermehrt Wasser lässt. Da ist es jetzt natürlich dann wichtig, umgekehrt darauf zu achten, dass wir nicht eine Erhöhung harmpflichtiger Substanzen haben, sondern dass wir jetzt Substanzen verlieren, die der Körper eigentlich braucht, wie zum Beispiel Wasser, jetzt Kalium oder Natrium und jetzt kriegen wir die umgekehrten Problematiken. Ein zu starker Wasserverlust kann zu einer Hypovolemie bis zum hypovolemischen Schock führen und beim Kalium muss man auch bei einer Hypokaliemie wieder daran denken, dass die Nerven betroffen sind. Auch hier kann es zu Herzrhythmusstörungen führen, die gefährlich sind. Und Natrium, das geht jetzt natürlich Hand in Hand mit Wasser. Also das führt auch mit dazu, dass der Körper Wasser noch mehr verliert und wir in eine Hypovolemie mit der Gefahr eines hypovolemischen Schocks hineinrutschen.